Star Investor Wollum Bavid hat gesagt, seien Sie ernstlich, wenn die Welt gierig ist und seien Sie gierig, wenn die Welt ernstlich ist. FTX ist pleit, Silvergate Capital Bank ist pleit, Silicon Valley Bank ist gestern Freitag, 10. März 2020 auch pleit. Die Bankaktien sind gefallen, zum Beispiel Bank of Merrick, JP Morgan, Aktien sind günstig. Vielleicht jetzt ist die eine gute Chance, um die besten Bankaktien günstigen Preis zu kaufen und lange halten. Natürlich nur selbst gespart Geld, keine Kredite, nicht einmal ohnehin, sondern mehrmals klein Geld investieren. Und Risiko muss selbst Verantwortung nehmen. Amen. Amen. Amen.